Die ging knapp daneben. Kaliber 50, Raketen, nichts passiert. Wo ist der Rest ihres Platoons? Erledigt, Sarge. Sind wir bald auf, Sir, wenn wir hier nicht verschwinden? Verletzt, Marine? Nein, Sir. Dann hören Sie zu! Der Chief wird den Panzer nehmen, die Brücke überqueren und jeden in die Luft jagen, der dumm genug ist, sich zwischen ihn und den Propheten zu stellen. Reißen Sie sich zusammen, denn Sie gehen mit ihm. Was ist mit diesem Scherz? Wir haben das doch durchgespielt. Sie sind tough, aber nicht unbesiegbar. Haltet euch beim Master Chief. Er weiß, was zu tun ist. Yes, Sir, Sergeant. Danke für den Panzer. Mir bringt er ja nie was mit. Oh, ich weiß doch, was Damen mögen. Wir gehen knapp daneben. Und über 50 Raketen, nichts passiert. Wo ist der Rest ihres Platoons? Erledigt, Sarge. Sind wir bald auf, Sir, wenn wir hier nicht verschwinden? Verletzt, Marine? Nein, Sir. Dann hören Sie zu! Die Wege unseres Herrn sind unergründlich, aber nicht heute! Das hier sind 66 Tonnen feinster, HE-spukender, göttlicher Macht! Wenn Gott Liebe ist, nennt mich Amor! Was ist mit diesen Scherz? Wir haben das doch durchgespielt! Sie sind tough, aber nicht unbesiegbar! Haltet euch beim Master Chief. Er weiß, was zu tun ist. Yes, Sir, Sergeant. Danke für den Panzer. Mir bringt er ja nie was mit. Oh, ich weiß doch, was Damen mögen.